Guten Tag! Zweiter Teil des Rundgangs durch den ehemaligen Rangierbahnhof Berlin-Wuhlheide. An dieser Stelle befinden wir uns am Abzweig Biesorfer Kreuz Südwest und nehmen jetzt mal Kurs in Richtung der Einfahrgruppe und schauen uns dann die Ablaufanlage an. Das Zusammenwirken der beiden Stellwerke Biesorfer Kreuz und hier B1 dürfte relativ interessant gewesen sein. Das Hauptsignal hier gehört zum Stellwerk Biesorfer Kreuz. Das Nummerchen 325 stammt aus dessen Nummernkreis. Die Weiche hier wurde für die Abzweigstelle als Schutzweiche gebraucht und andererseits diente dieser Stumpen auch dazu, dass die Abdrücklokomotive des Bahnhofs Wuhlheide hinter den nächsten Zug kam. Ganz witzig ist, wenn man sich mal die alten Gleispläne anschaut, dann sieht man hier im Plan des Biesorfer Kreuzes, dass diese Weichen hier als Weiche 26 und 27 aus dem Nummernkreis des Stellwerks Biesorfer Kreuz bezeichnet sind. Planstand 31.01.1984 und hier der Plan des Bahnhofs Wuhlheide vom 31.01.1984, wo dieselben Weichen als Weiche 101 und Weiche 102 aus dem Nummernkreis des Stellwerks B1 bezeichnet werden. Also da muss man ja wirklich mal ein Fragezeichen dran machen, welches Stellwerk jetzt wirklich diese beiden Weichen unter seiner Kontrolle hatte. Es kann eigentlich nur einer der beiden Pläne richtig sein. Tja, 33 Jahre nach Ende der DDR pinkelt hier so ein hergelaufener Wessi der Deutschen Reichsbahn an die Karre, weil da irgendwie ein Fehler in den Gleisplänen war. Ah, ungeheuerlich. An dieser Stelle hier hätte ich dann jetzt noch eine Signalisierungsfrage. Ich habe jetzt hier erstmal anhand alter Unterlagen Wartezeichen aufgestellt. Allerdings kann man so meines Erachtens in Ostdeutschland keine Gruppenausfahrt mit dem Hauptsignal dahinten aufbauen, weil das ostdeutsche Signal Rad 12 für Zugfahrten anders als das westdeutsche SH1 nicht gilt. Das heißt, meines Erachtens müsste es entweder so gewesen sein, dass man hier dann auf mündliche Zustimmung als Zugfahrt in diese Richtung ausgefahren ist oder dass hier anstatt der Wartezeichen zuletzt dann HL-Signale mit kleinem Schirm standen, die dann HP0, Rad 12 und Kennlicht zeigen konnten, wobei das Kennlicht dann gewissermaßen die Zustimmung zur Abfahrt dargestellt hätte. Die beiden Gleise hier ganz links, das war die letzte Erweiterung des Rangierbahnhofs Wuhlheide, die noch umgesetzt worden war, bevor er dann stillgelegt wurde. Die Deutsche Reichsbahn hatte eigentlich große Dinge mit diesem Rangierbahnhof vor, aber es kam dann durch die politische Wende halt komplett anders. 1988 hatte das DDR-Verkehrsministerium nämlich entschieden, dass Wuhlheide zum zweiten großen Rangierbahnhof im Raum Berlin ausgebaut werden sollte, neben dem RWF Sedin. Wuhlheide hatte sich bei dieser Standortentscheidung damals durchgesetzt, gegen den Rangierbahnhof Wustermark. Der war also auch im Rennen um dieses Projekt, zweiter großer Rangierbahnhof bei Berlin. Daraufhin ging dann 1989 der EVDR los, der Entwurfs- und Vermessungsbetrieb der Deutschen Reichsbahn. Die waren gewissermaßen sowas wie die DB Engineering und Consulting der Reichsbahn. Die sind über Umwege, DB Projektbau, DB International, dann tatsächlich auch später in der DB E&C mit aufgegangen. Die waren losgegangen und hatten aufgrund dieses Ministeriumsbeschlusses dann eine Studie erstellt für einen rangierbaren Hof Wuhlheide, der ausgebaut werden sollte auf eine Tagesleistung von 4.000 bis 5.000 Wagen mit eigenem Bahnbetriebswerk, eine Großcontainerausbesserung und eine eigene Fahrleitungsmeisterei. Also hier sollten richtig Dienststellen konzentriert werden am Standort. Danach kam es dann allerdings ja aufgrund der politischen Umwälzung auch zu ziemlichen wirtschaftlichen Verwerfungen und unter deren Eindruck hat dann die Hauptverwaltung der Reichsbahn im März 1992 entschieden, dieses Projekt nicht wie ursprünglich geplant mit 4.000 bis 5.000 Wagen Tagesleistung umzusetzen, sondern das ein bisschen zu schrumpfen und den Rangierbahnhof auf eine Leistung von bis zu 3.000 Wagen auszubauen. Dieser Bau sollte zwischen 1998 und bis ins Jahr 2005 dann stattfinden. Ja, und im Jahr 1993 war dann klar, dass der Güterverkehrsrückgang im ehemaligen Reichsbahngebiet durch den Niedergang der ganzen Betriebe so dermaßen extrem war, dass dieser Bahnhof zusammen mit einigen anderen Rangierbahnhöfen tatsächlich komplett übrig wurde. Und das war es dann mit den großen hochtrabenden Ausbauplänen und dann wurde er zum 10. Januar 1994 komplett stillgelegt, mit Ausnahme der Ausfahrgruppe, die noch als Umspanngruppe ein paar Jahre weiter genutzt worden ist. Und so blieb es also dabei, dass diese beiden Gleise, die hatte man dann zusammen mit dem neuen Stellwerk W2, das wir uns gleich anschauen werden, dann hier hingebaut, dass das die einzige Maßnahme aus dem großen Ausbauprojekt blieb, die tatsächlich umgesetzt wurde. Das Gelände hier hinter dem Zaun, das gehört zum Tierpark Berlin. Es ist mir Gott sei Dank erspart geblieben, in Susi irgendwelche Elefantenhäuser nachbauen zu müssen, obwohl das bestimmt auch witzig ausgesehen hätte, wenn hier irgend so ein Löwe oder so sich dann hier zum Beispiel auf dem Berg da rumliegenderweise sonnen würde. Hier rechts gab es irgendwie so einen Lagerplatz. Ich bin nicht sicher, ob der zur Fahrleitungsmeisterei gehörte oder doch die Nachrichtenmeisterei. Also auf den Luftbildern sind da Kabeltrommeln zu erkennen und irgendwelche Pinne. Das könnten Fahrleitungsmasten sein oder auch irgendwelche anderen Masten. Keine Ahnung, was das war. Ja, diese Zielsignale hier habe ich unbeschriftet gelassen, weil mir auch gar nicht bekannt ist, welche Nümmerchen die jeweils getragen haben. Ich habe die jetzt einstweilen dann erst mal Gleis 125 Einfahrt und so weiter genannt, damit die überhaupt irgendeinen Namen haben. Man müsste im Grunde sogar ein Fragezeichen dran machen. Also hier diese großen HL-Signalschirme, die machen eigentlich nur dann Sinn, wenn man die Frage auch bejaht, dass es von hier aus dann auch noch weiterführende Zugfahrstraßen in Richtung der Ausfahrgruppe gegeben hat. Wenn es diese Fahrstraßen nicht gab, dann spricht eigentlich sehr viel dafür, dass diese Signale in Wirklichkeit einen kleinen HL-Signalschirm hatten. Wir können das mal eben hier on the fly vielleicht umbauen, damit man versteht, was ich da meine. Fahrtbegrenzungssignale. HL-13, Rad 12. Ja, HL-13, das heutige HP0. Das wäre dann also dieser Signalschirm hier. Der würde also Sinn machen, falls man hier nicht als Zugfahrt weiterkommen konnte. Ich habe also auch lange auf die Luftbilder vom Land Berlin gestiert und bin der Meinung, dass die Schatten von diesen Signalschirmen hier doch relativ groß und lang sind. Und deswegen habe ich mich jetzt hier erstmal einsweilen für den großen Signalschirm entschieden. Schwer zu sagen. Eigentlich gibt es sonst keine weiteren Anhaltspunkte für Zugfahrstraßen in dieser Richtung. In der anderen Richtung eindeutig ja. Da gibt es ja hier ein Zwischensignal, was gewissermaßen als Einfahrsignal in diese Gleisgruppe hier dient. Aber in der Richtung, in die wir uns jetzt hier bewegen, da fehlt markanterweise am Stellwerksbezirk W6 ein solches Zwischensignal dann. Was man sich im Grunde auch mal fragen könnte, diese 1992 neu gebauten Gleise hier. Ob die, wie hier zu sehen ist, tatsächlich noch mit Fahrleitung in Reichsbahnbauweise elektrifiziert wurden oder ob das nicht doch schon westdeutsche EBS-Fahrleitung war, ist auch eine interessante Frage. Ich habe halt von dieser ganzen ehemaligen Einfahrgruppe überhaupt kein Bildmaterial aus der Zeit, als sie noch in Betrieb war und eben speziell in ihrem letzten Bauzustand ab Ende 1992. 1992 war halt das Jahr, wo dann so langsam auch im Ex-Reichsbahngebiet dann die ersten Strecken mit Fahrleitungen in westdeutscher Bauart elektrifiziert wurden. Es könnte also durchaus gewesen sein, dass das hier dann auch der Fall war. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir jetzt das Stellwerk W2 erreicht. Genauer gesagt, das Stellwerk W2 neu sozusagen. Dieses Stellwerk war eine der lohnendsten Investitionen, die die Deutsche Reichsbahn jemals getätigt hat. war nämlich nur in Betrieb von Oktober 1992 bis Anfang 1994, als dann der ganze Bahnhof stillgelegt wurde. Interessanterweise war dieses Stellwerk genauso wie das Stellwerk, was es ersetzte, das alte Stellwerk W2, was sich hier auf der rechten Seite der Gleise befand, war auch W2 neu. wieder ein elektromechanisches Stellwerk in E43-Technik ausgeführt. Also es war tatsächlich so, dass zu einem Zeitpunkt, als wir in Deutschland bereits die ersten elektronischen Stellwerke in Betrieb nahmen, da wurde hier in Berlin-Wuhlheide nochmal ein neu gebautes elektromechanisches Stellwerk in Betrieb genommen. Ich habe sehr das Gefühl, dass dieses Stellwerksgebäude irgendwie zu höheren Aufgaben noch berufen war, weil der Bedienraum hier oben, der ist wirklich riesig. Es wäre eine interessante Frage, ob man dort vorhatte, dass man zum Beispiel dann hier noch den Bergmeister da auch noch oben einquartieren wollte, dass der dann von hier aus irgendwie ferngesteuert vielleicht dann den Abdrückbetrieb in dem auszubauenden Rangierbahnhof Wuhlheide hätte führen sollen, dass also das Gebäude aus diesem Grunde dann so groß ausfiel, weil an und für sich hätte meines Erachtens für den Stellbereich, den dieses Stellwerk abdecken musste, die Hälfte dieses Bedienraums hier auf dieser Seite zum Beispiel, hätte ausgereicht. Ja, das Stellwerk W2 Alt, das war damals, nachdem es dann abgelöst worden war durch den Neubau, mehr oder weniger sofort abgerissen worden. Auf den Luftbildern vom April 1993 vom Land Berlin ist es also bereits nicht mehr drauf und W2 Neu ist dann im Jahr 2006 abgerissen worden. Das war der Zeitpunkt, als hier auf diesen Flächen dann komplett tabula rasa gemacht worden war. Die stillgelegten Gleisanlagen hatte man sofort 1995, 1996 abgebaut und 2006 rückten dann die Bagger an, um die Gebäude des ehemaligen Rangierbahnhofs dann abzureißen. So, dann halten wir uns jetzt erstmal hier rechts. Hier überqueren wir jetzt die Strahlsunder Kurve vom Rangierbahnhof Rummelsburg nach Abzweig Wiesdorfer Kreuz. Diese Kurve war übrigens der Grund, warum diese ganze Einfahrgruppe hier, warum man die in so eine Krümmung hier gelegt hat. Weil man anders sonst hier nicht genügend Höhe hätte gewinnen können, um über die Strahlsunder Kurve drüber wegzukommen. Das war also eines der großen Handicaps des Rangierbahnhofs Wuhlheide, dass dieses lästige Gleis hier mehr oder weniger wirklich im Weg war und dass man deswegen die Gleise der Einfahrgruppe einerseits nicht so gerade legen konnte, wie man das eigentlich gerne gemacht hätte und andererseits dadurch dann auch eine irrsinnig lange Wegstrecke entstand zwischen der Einfahrgruppe und dem eigentlichen Ablaufberg. Und da mussten also die Rangierloks hier wirklich irrsinnige Mengen an Zeit vertrödeln, um eben den Zug dann erstmal bis hier vorne hin zu schieben und später mussten sie natürlich, nachdem sie den Zug dann hier abgedrückt hatten, mussten sie den ganzen Weg auch wieder zurückfahren. Das sind Todzeiten, die sich auf die Leistungsfähigkeit so eines Rangierbahnhofs wirklich negativ auswirken. Und die Deutsche Reichsbahn träumte also viele Jahre davon, dass ihr mal irgendwann der große Wurf gelingen würde, dass man diese Strahlsunderkurve hier dann stilllegen und abbauen könnte, die Einfahrgruppe neu trassieren und sie dann hier näher an den Ablaufberg heranverlegen könnte. Das war einer der maßgeblichen Gründe, warum man dieses Projekt Karlshorsterkurve am anderen Ende des Rangierbahnhofs angehen wollte, was ja dann aufgrund des Mauerbaus abgebrochen worden war. Weil diese Karlshorsterkurve hätte dann die Strahlsunderkurve hier ersetzt und ab dann wären also die Züge von Rummelsburg nicht mehr direkt hier Richtung Biesdorfer Kreuz gefahren, sondern sie wären halt Karlshorsterkurve dann zum Biesdorfer Kreuz gefahren. Damit hätte man dann hier die VNK-Strecke und die Strahlsunderkurve stilllegen können und dann die Leistungsfähigkeit des RBF Wuhlheide erheblich steigern können. Aber dazu kam es halt all die Jahre nie. Und irgendwann wurde dann die VNK-Strecke ja auch umfunktioniert zu einer U-Bahn-Strecke und ab dann war es ja gewissermaßen zementiert worden, dass man hier weiterhin Gleise hat, die man irgendwie überqueren musste. Aber es gab zum Beispiel hinten am Schnellwerk B1 an der Querung der Altfriedrichsfelder Straße, da waren bereits Brückenwiderlager vorbereitet worden für eine künftige Einfahrgruppe RBF Wuhlheide in gerader Gleislage. Diesen Rangierbahnhof zu bauen, die Idee hatte also bereits die Vorkriegsreichsbahn. Man war damals allerdings kriegsbedingt nicht über das Ideenstadium hinausgekommen und richtig los ging es erst nach dem Krieg 1958. So, jetzt wiegen wir hier mal eben rechts ab und nehmen das Lokverkehrsgleis. Diesen Weg haben also Lokomotiven genommen, die einen Zug in die Einfallgruppe gebracht haben und um dann mit dem nächsten Zug dann in der Ausfallgruppe den Rangierbahnhof wieder zu verlassen, dann fuhr man hier lang. Wozu dieser Stumpf hier diente, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier jetzt gewissermaßen der Hinterhof der Ablaufanlage. Bei diesem Gleis hier weiß ich auch nicht 100%ig, wozu es diente. Es lag dort auf den Luftbildern irgendwelches Oberbaumaterial rum. So, und allzu viel Interessantes gibt es jetzt hier nicht zu sehen. Das Gleis führt jetzt also in Richtung Güterwagenwerkstatt beziehungsweise Ausfahrgruppe. Wir gehen wieder ein Stück zurück und über den Ablaufberg, würde ich sagen. So, hier sind jetzt zu sehen von links nach rechts das Bremserhaus in Anführungszeichen. Hier saß also der Bediener dieser Gleisbremsen drin und steuerte diese Bremsen. Ich habe mir letztens mal die Mühe gemacht und Balkengleisbremsen in westdeutscher Bauart entwickelt und die benutze ich hier als Stand-in für die Gleisbremsen des RBF Wuhlheide. In der echten Welt waren diese Balkengleisbremsen natürlich in einer Reichsbahnbauart ausgeführt. Die sogenannte Gleisbremsen der Bauart Wuhlheide 3. Die waren also speziell für hier den Rangierbahnhof Wuhlheide entwickelt worden vom Forschungs- und Entwicklungswerk in Blankenburg der Deutschen Reichsbahn. Das war hier der Erstanwendungsort. Bremsen dieser Bauart kamen allerdings auch auf verschiedenen anderen Rangierbahnhöfen der Reichsbahn zum Einsatz. Aber von diesen Wuhlheide 3 Bremsen sind mir nur einige nicht verwertbare Fotos bekannt und das reicht nicht aus, um daraus irgendwie ein 3D-Modell vernünftig zu schaffen. Und deswegen nutze ich jetzt also erst mal ersatzweise hier Gleisbremsen in westdeutscher Bauart. Sogenannte Thyssen-Sona-Siemens-Retarder-TW. Das hier ist das Stellwerk R3. Von dort wurde hier diese ganze Gleisharfe gesteuert. Das hier ist das Gebäude der sogenannten Zugabfertigung Nord. Deren kleines schmutziges Geheimnis es war, dass sie die meiste Zeit über unbesetzt war, weil auf dem Rangierbahnhof Wuhlheide herrschte traditionell und über viele Jahre lang Personalmangel. Und so viele Züge, die in der Einfahrgruppe des Rangierbahnhofs abzufertigen waren, gab es einfach auch gar nicht. Also die Zugabfertigung Süd in der Ausfahrgruppe war halt definitiv wichtiger. Eingangszüge verursachen ja auch erheblich weniger Arbeit als Ausgangszüge. Die Gebäude hier, das waren wahrscheinlich die Dienstgebäude der Bremsenschlosser, die also hier diese Gleisbremsen instand halten mussten. Ich habe auch hier wieder Stand-ins installiert. Was hier zu sehen ist, sind also westdeutsche Bremsen, in diesem Fall hier Bauart TW5E. Ich habe übrigens auch noch eine zweite Bauart Gleisbremsen, speziell jetzt hier für den RBF Wuhlheide gebaut. Die hatten hier nämlich sogenannte Gummigleisbremsen. Diese 3D-Modelle habe ich gebaut und dann allerdings ums Verrecken auf den Luftbildern des RBF keinen Einsatzort dafür finden können. Die Dinger sind also aus der Luft praktisch kaum erkennbar. Da kann man eben so ein Ding hier reinladen in den Editor. So sieht also eine Gummigleisbremse aus. Da ist also ein Stück Schiene durch eine Hartgummieinlage ersetzt. Die wird von den drüber rollenden Wagen durchgeknetet und dadurch die Wagen dann ein bisschen abgebremst. Diese Art Gleisbremse ist halt anders als die Balkengleisbremse nicht steuerbar und dient deshalb nur als Gefälle-Ausgleichsbremse, um also unterschiedliche Gefälle innerhalb der Gleisharfe der Ablaufanlage ausgleichen zu können. Hatte ich also gebaut, weil es diese Dinger in Wuhlheide gab. Das ist durch Fotos belegt. Diese Bilder konnte ich allerdings nicht verorten und finde jetzt keinen Einsatzort dafür. Das ist ein bisschen doof. Ja, ich habe vorhin erzählt, bereits die Vorkriegsreichsbahn hatte geplant, hier an dieser Stelle einen Rangierbahnhof zu bauen. Der sollte hier an dieser Stelle dann 60 Richtungsgleise nebeneinander auch haben und das ist der Grund, warum es hier noch eine freigehaltene Fläche dann gab, für eben die künftige Erweiterung dieser Ablaufanlage. Wenn die Pläne von 1989 umgesetzt worden wären, dann hätte man zumindest hier neben noch vier Richtungsgleise zusätzlich gebaut, aber dazu kam es halt bereits nicht mehr. Baubeginn für diesen Rangierbahnhof war im Jahr 1951. Anlass war damals die deutsche Teilung und man wollte nämlich den Rangierbahnhof in Berlin-Lichtenberg freiziehen. Berlin-Lichtenberg sollte ein reiner Reisezugbahnhof werden, weil man irgendwo in Berlin die Züge ja beginnen lassen musste und man war bestrebt, dass man möglichst wenig nur noch die Westsektoren von der geteilten Stadt Berlin befahren wollte. Deswegen gab es damals also die Order Lichtenberg wird reiner Reisezugbahnhof und es gibt als Ersatz dann hier einen neuen Rangierbahnhof Wuhlheide, ähnlich so wie ihn die Vorkriegsreichsbahn damals geplant hatte. Zeit seines Lebens war eine der Hauptaufgaben dieses Bahnhofs hier dann Verkehre von und nach Polen abzuwickeln und sich insbesondere liebevoll um sogenannte Differenzwagen zu kümmern. Das sind Wagen, deren Beförderungspapiere irgendwelche Mängel aufweisen oder komplett fehlen und die deswegen dann an der Staatsgrenze nicht ins Nachbarland gelassen worden wären. Solche Wagen wurden dann hier aufgehalten, solange bis die Mängel an den Begleitpapieren behoben waren. So, Ende der Richtungsgleisgruppe. Das hier ist ein Stand-in für das Stellwerk W5. Das Ding steht in den einschlägigen Datenbanken als elektromechanisches Stellwerk der Bauform S&H 1912 drin. Aber, wenn man jetzt mal hier schaut, beziehungsweise sich auch die Luftbilder anschaut, dann stellt man fest, dass sämtliche Weichen dieser Richtungsgruppe hier, das waren alles Handweichen. Hier hat man mal den direkten Vergleich. Hier ist eine elektrische Weiche zu sehen. Da sieht man eindeutig den Kasten von dem elektrischen Antrieb. Während hier bei all diesen Weichen, da sieht man lediglich einen Handstellbock hier, diesen Laternenbock. Und tatsächlich ist das auch so in den Plänen eingezeichnet. Hier dieses Symbol, wo das weiche Herzstück da so einen Strich durch hat und ansonsten weiß ist. Das steht für eine Handweiche. Und die einzige Weiche, die ein schwarzes Herzstück hier hat, das ist irgendwie die Weiche 255, wo ich allerdings sehr vermute, dass einfach nur der Zeichner dieses Planes dicke Finger hatte. Also ich habe mir diese Weiche 255 auf den Luftbildern intensiv angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, die hat genauso wie alle anderen Weichen an diesem Ende der Richtungsgruppe, hat sie auch nur einen Handstellbock gehabt. Es mag sein, dass es irgendwann mal hier einzelne elektrisch angetriebene Weichen gab und deswegen diese Angabe elektromechanisches Stellwerk in den alten Datenbeständen wahrscheinlich nicht wirklich falsch ist. Aber auch in dem Plan hier von 1967 selbe Situation, alles Handweichen hier. Also für alle praktischen Zwecke kann man sagen, dass das in Anführungszeichen Stellwerk W5 in Wirklichkeit ein Handweichenposten war. Und unter diesen Umständen musste man hier also im Rangierbahnhof Wuhlheide arbeiten. Wenn man hier einen Zug dann Richtung Ausfahrgruppe aus der Richtungsgruppe rausziehen wollte, musste man erstmal von Hand hier die Weichen legen. Hier übrigens die signaltechnische Besonderheit aus dem ehemaligen Reichsbahngebiet. Dort war ja die Bedeutung der farblichen Kennzeichnung der Handstellgewichte genau andersrum als in Westdeutschland. Eine Weiche mit weiß-schwarzem Handstellgewicht war also bei der Reichsbahn eine Weiche, die keine vorgeschriebene Grundstellung hatte. Und erst wenn sie ein gelb-schwarzes Gewicht hatte, dann war eine Grundstellung vorgeschrieben. Übergang zum Schnellwerksbereich W6 und ich würde sagen, wir halten uns jetzt auch mal eher rechts hier. Ich möchte nämlich gar nicht in die Ausfahrgruppe rein. Hier also Dienstgebäude Zugabfertigung Süd, Stellwerk W6. Und hier kommt also diese westliche Umfahrung, dieses Lokverkehrsgleis dann an, was wir vorhin dann, bevor wir uns in die Ablaufanlage reinbegeben hatten, kurz befahren hatten. Und wenn man jetzt hier mal nach ganz rechts abwiegt, dann kommt man in einen Bereich, wo dann zuletzt irgendwelche Oberbaumaterialien gelagert wurden. Es gab dann hier auch eine Laderampe. Und wenn man ganz ganz weit in die Vergangenheit zurückgeht, dann befand sich hier an dieser Stelle die Lokomotivbehandlungsanlage des Rangierbahnhofes Wuhlheide. Hier auf dem Gleisplan von 1967 ist sie zu sehen. Es gab hier also einen Kohlenbansen und Wasserkräne und eine Grube, dass man mal eben unter die Lok schauen konnte und sie ausschlacken konnte. Und eine 23 Meter Drehscheibe hatten die hier auch. Diese Lokbehandlungsanlage wurde schon in den 60er Jahren allerdings dann stillgelegt. Und wenn man mal schaut, wie saß denn dann hier in den 1990er Jahren kurz vor der Stilllegung des Rangierbahnhofs dann aus, dann sieht man also hier jede Menge rumliegendes Oberbaumaterial und hier irgendwie so ein Winkelmast für die Fahrleitung. So wurde also die ehemalige Lokbehandlungsanlage dann zuletzt genutzt. Also eine lokomotivenbeheimatende Dienststelle war das hier nie. Die Rangierloks für den Bahnhof kamen wahlweise vom BW Schöneweide oder aus Pankow. Und die Zuglokomotiven eben aus der ganzen DDR. Hier links gibt es ein ganz dubioses Gleis, das hat einen unglaublich engen Radius, irgendwie von 100 Meter oder weniger. Wofür das mal genutzt worden ist, wüsste ich auch gerne. So, und das hier ist Bereich der Güterwageninstandsetzung. Dafür wurde in den 80er Jahren diese Halle gebaut. Davor fand über zwei Jahrzehnte lang die Güterwageninstandsetzung in diesem Bahnhof unter freiem Himmel statt. Also unter wirklich suboptimalen Arbeitsbedingungen. Diese Güterwageninstandsetzung hat sogar für kurze Zeit die Stilllegung des Rangierbahnhofes noch überlebt und wurde noch bis etwa 1996 hier weiter betrieben. Zuletzt dann eben als Gleisanschluss der Ausfahrgruppe hier, die ja noch als Umspanngruppe weiter genutzt wurde, bis das ESTW Grünauer Kreuz dann kam. Aber so eine Güterwageninstandsetzungsstelle abseits der großen Rangierbahnhöfe wollte man also auf Dauer nicht haben und hat sie also dann auch relativ zeitnah dicht gemacht. Die Halle ist allerdings das, soweit ich weiß, letzte Gebäude des alten Rangierbahnhofs Wuhlheide, was auch heute noch steht. Also die hat man 2006 damals dann nicht abgerissen und sie steht bis heute auf dem Gelände rum. Hat natürlich keine Türen mehr und verfällt. Die Reste hier von dem Kran, die stehen auch bis heute in der Gegend rum, die hat man auch nicht abgebaut. So. Und dann die Ausfahrgruppe. Danke an alle, die nach dem letzten Video mich dann darauf hingewiesen hatten, dass dieses Signal hier einen kleinen Signalschirm hatte. Und damit ergibt die ganze Sache dann auch Sinn. Dieses Signal diente also dazu, wie ich jetzt gelernt habe, dass hier ankommende Lokzüge, wo die Lok also dann hier einen Zug in der Ausfahrgruppe bespannen sollte, dass die bis hierhin dann erstmal als Zugfahrt einfahren konnten und dann eben von hier aus als Rangierfahrt weiter an den Zug dran. Und dafür konnte dieser Pin also dann die Signal wieder Halt, Rangierfahrt zugelassen und Kennlicht zeigen. Jo. Und damit sind wir dann durch. Hier jetzt noch die nie als solche in Betrieb gegangene Karlshorster Kurve. Da ist mir übrigens noch eine ganz, ganz wilde Story bekannt geworden. Laut der also der Grund, warum diese Kurve nie in Betrieb genommen wurde, nicht der Bau der Berliner Mauer war, sondern eine Fehlplanung soll die Ursache gewesen sein. Nämlich, dass man eine zu geringe Brückendurchfahrtshöhe über die Gleise der Bahnstrecke von Schönebeude nach Köpenick gewählt hatte. Und die verantwortlichen Planer dann für diese Fehlleistung dann auch sicherheitshalber in den Westen geflüchtet sind, damit sie nicht wegen Sabotage angeklagt wurden und in irgendeinem finsteren Knast dann verschwanden. Ich halte das allerdings ehrlich gesagt für eine wilde Räuberpistole, aber ich wollte euch die Story nicht vorenthalten. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ich dem Rangierbahnhof Wuhlheide ein würdiges Denkmal gesetzt habe. Es ist wichtig, dass Eisenbahngeschichte auch in der digitalen Welt erlebbar wird und nicht bloß in irgendwelchen staubigen Archiven, wo keiner drankommt, dann versauert. Tschüss und bis demnächst auf dieser Welle.